Hallihalle meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Wir sind ja gerade so ein bisschen in Sherlock Holmes Stimmung und versuchen herauszufinden, wer denn der wahre Mörder von Jack ist. Und ja, anscheinend kommen wir dem Täter immer näher. Ist okay, Kasua. Ist okay. Darf ich dich unterbrechen? Ja, okay. Ich denke schon. Ja, es tut mir leid. Okay, du bist schon fertig. Alles klar. Suche den Eingang ins Hauptquartier. Ah, okay. Let's go. Los, los. Los, tauche, my boy. Ohne Witz, das vermisse ich wirklich in Nadlern. Habe ich ja, glaube ich, schon mal vor drei oder vier Folgen gesagt, dass ich erst mal direkt abgegräbelt bin, weil ich vergessen habe, dass ich ja nicht mehr frei schwimmen kann. Aber gut. Oh, sprich mit Paimon. Paimon, ich soll mit dir sprechen. Sag mal, wir sind nicht in einer Höhle. Wieso hast du ein Echo? Genau darum geht's ja. Dumm, dumm, dumm. Wir werden sicher im Inneren etwas Außergewöhnliches finden. Okay. Okay. Ach so, ich habe noch gar nicht auf Automat. Sorry, war mein Fehler. Währenddessen in der Au-Pera-Epic-Less. Hehe. Hä. Hä. Ach ja, Scheid ist ja da. Habe ich ganz vergessen. Ohohoho, hallo, boy. Okay, das geht mir wieder gut. Oh, boi. Oh, boi. Oh, boi. Zeitend! Das ist keine Kneipe, der dich prügeln kann. Oh, nein. No, 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 no. Das ist nicht was ich meine. Alas, es würde sich das mit dem Gefängnis zerstört. Wir haben sehr viel Prozentscheidiert. In der Fall, ich erzähle alles von dem Beginn. Ja, aber habt ihr euch schon mal das Alter von Scheid angesehen? Mal ganz davon abgesehen. Das ging ja schon, ich glaube, vor 30 Jahren los oder so. Wie alt ist Scheid? Mitte 20? Ach, er ist einfach sexy, Mann. Ich kann es einfach nur immer wieder sagen. Echt mal. Wie gescheidt der auch einfach ist, ne? Setz dich! Mensch! Los! Who is the person you would like to charge instead? That person is... Ho! Äh, warte. Ja, wir haben doch schon er, ne? Wir haben ja schon Marcel verdächtigt. Marcel! The head of Conferry of Cabriere! Huh? What Conferry? Never heard of them in my life! I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's Sisterorganisation? Ja! Oh! Ich finde es ein bisschen krass, wie geil die darauf sind, ne? Was? Ja! also bedeutet das legalen diese mit mit ist und wenn die Bege fails, depending auf die circunstanzialen, du auch bist mit dem vrsch von falsche accusation. Wissen Sie das, du immer möchtest den en diesen Mann? Ja, ich in dem okay, Entschuldigung. Aber müssen die immer näher rangehen? Meine Güte! Kurze Zeit später fand sich ein gleichermaßen verwirrter wie Fassungslose Marcel in der Rolle des Angeklagten wieder. Ich glaube, dass ein Angeklagten nicht notwendig sein wird. Das ist wahrscheinlich nur ein Verständnis zwischen mir und Navia. Sehr gut. In diesem Fall, seit beiden Seiten jetzt gekommen sind, Frau Navia, bitte presentieren Sie Ihre Angeklagten. Ich möchte alle zurück nach drei Jahren, nach dem Fall von Kallus, die Unfaithvolle. Nur durch Elucidieren, was wirklich passiert in diesem Fall, können wir alle die Punkte für den Fallen des Angeklagten. Äh, meistens sind die Angehörigen, äh, tatsächlich die größten Biester, muss man ehrlich sagen. Deswegen, Leute, bleibt sicher und singel! Okay. Ho! 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 Let's go! Das kann ich doch nicht, Leute! Tut einfach so, als würdet ihr das wieder nicht sehen, okay? Ich bin mir ziemlich sicher, ihr müsst gerade, ähm, Wäsche machen. Hm? Aber lasst das Video ruhig laufen. Der ist cute! Der hier auch! Ah, der nicht so! Pff! Ha! 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 When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Kallus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, laid dead from a gunshot wound. Hm? The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques's life. Hm? The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. So we tried. Kallus was defeated by champion duelist Clarande in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. Okay. These are the known facts about the case. Hm? Hm? The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the third person into water, erasing all traces of him from the scene. Hm. Thank you for the summary, Your Honor. Of course. The guards' conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. We have now more info. I am done. Oh, Leute. Jetzt müsst ihr Wäsche waschen gehen, ne? Und falls das jemand anders für sich macht... Wie wär's mit nem Toast oder so? Also, was haben wir denn hier? Am besagten Tag des Vorfalls war an... Ja, okay. Ich glaube, hier ist nichts. Während der Feier hörten alle anwesenden zwei Schüsse. Ähm. Ähm. Also, Gäste. Dort Eintracht hatte der besagte Verdächtige Kallas eine Schusswaffe in der Hand. Okay, wartet mal. Äh. Kallas bei seinem Ausgehen... Er trug keine Waffe. Können wir das hier schon wieder legen? Ah, okay. Ne. Schade. Äh. Kombiniert man... Bla bla. Da ist nochmal selber eine große... Okay, okay, okay. Äh. Bla 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 bla. Kallas zu töten und habe dadurch großes Leid erlitten. Könnte sein, dass Kallas auf dem... Mhm. Äh. In einer regnenden Nacht vor drei Jahren hörten alle an wie den... Achso, warte mal. Ist es dann das hier? Das hier? Äh. Okay. Doch hier? Oh, okay. Alles klar. Entschuldig. Wegen der Schüsse. Deswegen dachte ich, das wäre davor. Warte mal vor. Warte mal vor. Gut. Okay. Nach der Untersuchung der Zeit von dem... Da kamen die zu dem Schuss. Das ist der erste Schuss des Verdächtigen. Ja, aber er hatte ja keine Waffe. Hä? What? Wieso nicht? Er hatte doch keine Waffe in der Hand. Und die sagen doch, der hat keine Waffe in der Hand gehabt. Okay. Okay. What? Ich muss das doch irgendwo hin donnern. Okay. Wahrscheinlich nicht. Dann eben nicht. Mhm. Ja, das hier hat ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Ich drücke das jetzt einfach mal. Ach, hier ist doch was, Leute. Das habe ich nicht gesehen. Äh, ein Hinweis auf das in Lindisfail bekannte Wasser des Urmeers. Das im... Urmeers. Das imstande zu sein scheint, die Menschen in Fontänen aufzulösen. Widerlegen. Entschuldig, ich habe nicht gesehen, dass da noch was ist. Deswegen war ich jetzt voll verwirrt. Weil nichts mehr gepasst hat. Oh, okay. Aber es ist noch irgendwas hier. Warte mal. Was ist denn noch? Ich habe keinen Plan. Wir haben ja nur noch sie, aber die passt ja irgendwie nirgendwo. Ach so. Okay, alles klar. Ich... 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 Ja, okay, gut. Er sagt... Ja, okay, könnte doch passen. Schön, dass wir einfach alles durchgegangen sind, Leute. Aber das sind halt nicht möglich. Ja, okay. Wichtig ist... Also, Sie bekommen... Ja, ist alles über... Ja, okay. Okay, ich drück mal. Erfolgreich widerlegt! Naja, warum sollte es jetzt erst da sein? Ja, komm doch dazu, my boy! Ja, ich bin doch schon dabei! Ja, sorry, ich komme noch, ich komme noch. Ich komme noch. Ich habe nicht gedrückt, das war eben Genshin selbst, nur mal so nebenbei. Okay. Vielleicht, weil sie der Täter ist. Bam, bam, bam! Hm? 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 Ja. Die hatten doch Navia in der Hand, ne? Ach so. Aber wurde nicht in der Folge davor oder davor gesagt, dass die Navia in der Hand hatten? Also, dass sie sonst ein Opfer des Urmeers werden würde? Ah ja, seht ihr? Seht ihr? Ja! Ich dachte jetzt eben, ich habe es falsch in Erinnerung. Es ist halt immer das Problem, wenn man nur einmal in der Woche weiterspielt. oder generell spielt. Ja, aber da wären ja alle weg gewesen. Das frage ich mich auch ganz oft im wahren Leben, Leute. Aber das ist ein anderes Thema, über das wir nicht reden. Wir sind nur hier, um Spaß zu haben. Juhu! Gut gesprochen! Um sie zu retten. Äh. Ho! Miss! Wir fallen gleich die Knöppe ab! Beziehungsweise, wir fliegen gleich durch die Gegend! Hau raus, Girl! Das ist ein Böses Mädchen! Das ist ein Böses Mädchen! Das ist ein Böses Mädchen! Ja, wir müssen doch erstmal alles von vorne aufrollen! Ja, wir müssen doch erstmal alles von vorne aufrollen, Mensch! Ja? Ja, ja, ja! Ich bin mit der Ruhe! Warte! 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 Meine Damen und Herren, die zwei Begriffe sind verbunden durch eine Art von Zeitung. In meinem Vater, der Begriffe hat die Begriffe zu töten Both Jacques und Kallus zu töten. Als Ergebnis, sie planen zu arbeiten, nachzuhören zwei Begriffe. Und, nach dem Ende der Linnie, der Begriffe hat die Begriffe auch nur die Begriffe vor allem, weil sie wissen, dass sie zu riskieren, dass sie sich identifizieren. Der Begriffe konnte nur ihre Begriffe so genau, wenn sie bereits in der Szene waren. Coincidently, Marcel hat beide die Begriffe und die Begriffe. Also, das ist warum du mich erwischt hast. Selbst nachzuhören, deine Begriffe, ich kann es trotzdem nicht helfen, aber finde es ein bisschen preposterös. Ich bin dran, aber auch. Du hast immer eine impulsiv und sentimentale Kind, Navia. Das ist eine von deinem Begriffe. Dann, dann! Äh, hatten wir einen Beweis, Leute? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Von einer Frau, die du als deine eigene Daughter siehst. Aber wenn ich das komplett vermitteln würde, dann würde ich auch nicht über deine Gefühle sein. Ah, well. Lass dir Uncle Marcel dir eine andere Leseleur. Kennst du, was das größte Fehler in deinem Grund ist? Ich glaube, dass du mir sowas sagst. Wow. Schön, wenn wir einfach nur das Wo haben. Und die redet da gefühlt zehn Sätze. Snejnaya ist auch so ein krasser Name. Mann. Oh, damn! Wir müssen, wir müssen auftauchen. Also, wir suchen ja Beweise eigentlich. Nur, wir gammeln hier rum. Haha. Also, ich als Spieler gammel hier rum. Er wünscht für dich, dass du mehr rational, kollektiv und conscientier, statt nur auf deinen eigenen Gefühlen zu sein. Als du gelernt hast, dass du mehr über andere Gefühlen zu sein und zu stoppen, dass du in die Dinge überraschst, hast du die meisten von seinen Gefühlen getroffen. Das ist nicht nur über mich. Los, gib sie. Wow! Gut gespegert! Uh! Ah! Das kannst du einem Pferd erzählen. Und selbst das Pferd würde es noch bemerken. Kurz zuvor am Eingang zum Hauptquartier des Strippenziehers. Let's go! Wir können zocken, Leute! Wuhuu! Äh, hoch mit uns. Okay, wo sind wir hier? Wow! Was war das denn? Leg hoch 10. Truppeneinstellung? Nö! Warum soll ich denn die Truppen ändern? Ach, okay! Vielleicht deswegen! Na, gucken wir mal! Hallo! Wow! Hier! Schön! Elektro! In your face! In your face! Was? Ich hab noch nicht mal Tainari rausgezogen! Starten! Oh, warte! Ich hab jetzt gar nicht geguckt, ob hier irgendwo eine Truhe ist! Okay, nein! Ach da! Ich dachte eben so, hä? Wo geht es denn weiter? Ah, Truhe! Sonst ist hier keine, ne? Da hinten wird keine sein. Leute, ich muss mal ganz kurz schauen, denn ich komm hier danach ja nie wieder rein. Tut mir leid. Einmal kurz gucken, ja? Okay. Es war ja da vorne schon eine Truhe. In der Regel gibt es dann keine weitere. Aber... Wenn ich die nicht mitnehme, das wäre ja traurig gewesen. Oh! Oh, wow! Ich liebe es hier, Mensch! Ähm... Hier komm ich nicht rein, ne? Ne. Dann denke ich mal, werde ich dich andümpeln müssen? Ah ja. Warte, hab ich ihn angedümpelt? Ups! Ah ja, doch hab ich! Ich konnte das eben nicht... Ich hab's eben nicht erkannt, ne? Warte... Wo... Wo war die Ecke? Wo war die Ecke? Da. Okay. Auftauchen, bitte! Aha! Starten! Huh! Yeah! Könnten wir ertrinken? Hätte ich jetzt richtig Angst. Hahaha! Hui! Ja, warte! Hier hat sich die Tür geöffnet. Na los, Kasu Baby! Ein bisschen schneller! Schneller! Okay. Wo haben wir... Oh, hello! Ich würd grad sagen... Wo ist die Drohe? Bam! Au, 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 au! Huh! Da kommen ja noch mehr! Kasu! Piu, piu, piu! Okay. Gib mir... Hehehe! 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 Warte, wo muss ich hin? Dahin, alles klar! Und weiter geht die Fahrt! Blub, blub, blub! Oh, es sieht so cool aus, meine Lieben! Ich steh so auf Fontaine! Meine Güte! Das wirst du die nächsten 15 Videos auch reinziehen müssen! Wuhu! Now the path is clear! Let's go! Okay! Bis ich raus bin aus Fontaine! Hahaha! Ich weiß nicht, ob das 15 Folgen sind, aber... Na, mal gucken! Mal gucken! Wir sind ja hier noch ganz am Anfang! Okay! 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 Und einmal öffnen! Oh! Okay! Ich will schon mal Kasu raus! Ich hatte ein bisschen Angst, dass das sich gleich wieder öffnet, ehrlich gesagt! Hallo! Oho! Oho! Au! Come on! Oh, wow! Geht hier doch weiter! Kommt her! Ja, kommt noch was! Ich will jetzt sein Ult nicht, äh... Okay! Ich war mir nicht sicher, ob noch eine dritte Welle kommen wird! Wuhu! Wo sind wir denn hier? Ist alles so unterirdisch! Unterirdisch! Wenn ich raten müsste... Oh! Jetzt habe ich das zweite nicht vorgesen! Sorry, Leute! Ja, let's go! Wir sind schon bei 30 Minuten, Mensch! Okay, was haben wir hier? Hähnchen, die Koste, eine Koste, eine Koste, sogar eine Make-up-Box! Hier stehen sogar Namen drauf! Oh! Paimon sieht es auch! Aber warum sind alle diese hervorragende Dinge mit verschiedenen Mädchen-Namen? Weil sie vermutlich den Opfern der Vermisstenfälle gehörten! Hm? Ja. Gegenstände der Vermissten. Diese Kisten wurden tief im Hauptquartier entdeckt und sind mit den Namen ihres Besitzers versehen. Die Namen hier stehen eindeutig im Zusammenhang mit den Opfern des massenhaften Verschwindens der Mädchen. Dies könnte ein Beweis dafür sein, dass dieser Ort ihre letzte Station war. Oh, es ist so gruselig, Leute. Ehrlich. Was haben wir denn hier noch? Ach, das ist das Ohrmeer, ne? Das sieht auch so... Eigentlich sieht das mega geil aus. Labortisch. Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Engel's research conclusions on the Primordial Sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the Primordial Sea. Beruhige dich, Paimon. Bleib locker. Es ist schon crazy, ja. Das Ziel des Forschers ist, seiner einstigen geliebten Namens Vinier Leute, sorry, wenn ich wieder falsch ausgesprochen habe, zu helfen, die sich aufgelöst hatte. Hier steht noch ein weiterer Name. Vashay. Yes, girl! Nein, er ist der Forscher. Ja, viele der Laborberichte tragen seine Unterschrift. Diese Stimme im Brunnen muss womöglich die von Vinier gewesen sein. Da muss noch mehr dahinter stecken. Okay. Vashays Laboraufzeichnung Experiment Nummer 16 zielt darauf ab, die Schlüsse aus Jakob-Ingolt-Studie über das Urmeer zu verifizieren und diese für einen Durchbruch zu nutzen. Das Experiment schlug fehl. Keinem der Individuen gelang es, aus dem Wasser des Urmeers aufzutauchen. Die weiblichen Testsubjekte Nummer 22, Nummer 23 und Nummer 24 wurden aufgelöst. Es gibt noch viele weitere Aufzeichnungen dieser Art. Okay, Leute. Ich sehe aber gerade, wir sind jetzt schon echt bei 34 Minuten. Ich werde... Warte mal. Wir haben hier noch was, da noch was. Oh, das ist schwierig. Also, ich werde definitiv hier gleich einen Cut setzen, weil ich nicht weiß, wie lange der Gerichtsprozess noch gehen wird. Bei Leni hat es ja über eine Stunde gedauert und wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. Ähm, wir gucken gleich mal, ne? Meine Güte, sind das viele. Sieht so aus, als würden sie hier Synth herstellen. Ja, es ist super obvious. Ja. Synth. Ein ziemlich weit verbreiteter Trank, der dem Trinkter für kurze Zeit ein sehr angenehmes Erlebnis bietet, aber sehr starke Nebenwirkungen hat. Hersteller nutzen diese Eigenschaft, um damit enormen Gewinn zu erzielen. Okay. Äh... Hier noch. Das sieht so cool aus. Das wird wohl Wasser des Urmeers sein. Ja, Paimon, bleib locker. Alles klar. Teich des Wassers des Urmeers. Im Hauptquartier gefunden hat Teich, der mit dem Wasser des Urmeers gefüllt ist. Der wahre Täter kann damit Synth herstellen und direkt Menschen auflösen. Okay, und das Letzte. Okay. Das muss wohl etwas mit seinem Pfeil von Dame zu tun haben. Oh! Steht da noch etwas? Hm. Hm. We still have not determined the exact content of the key information Calus has passed on to certain members of his organization. The old dog, the real man is to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of Correspondents between the higher ups. Ich mach das hier mal ganz kurz. Oh, okay, geht da nicht. Die sind ziemlich durchtrieben. Ich mach das hier mal ganz kurz aus, damit ich gleich einen Cut setzen kann. Ermittlungsbericht über Calas. Hinweise zu Calas' Fall, die im Bücherregal gefunden wurden. Der Drahtzieher glaubte nicht, dass Jacques die Tat begehen würde, also schickte er eine dritte Person, um Calas' Tod sicherzustellen. Auch der folgende Inhalt bestätigt einigermaßen das Motiv des Mörders. Also, wer ist Vaché? Unsere Feinde sind wirklich gerissen, aber vielleicht nicht gerissen genug. Sehen wir uns nochmal um. Okay. Suche nach Hinweisen zu Vaché, wenn alles ins Wasser zurückkehrt. Warte, muss ich jetzt nochmal alles durchgehen? Ich glaube, ich nehme nochmal den Tisch, oder? Oder ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, Leute. Ich mache aber hier jetzt einen Cut. Wir sind jetzt bei 39 Minuten. Ich spiele direkt weiter, weil wir nun jetzt hier in dem Dungeon drin stecken. Wir stecken im Dungeon fest, Leute. Und ja. Ich weiß halt nicht, ob wir dann direkt in das andere Geschehen wieder reingeraten. Und das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Deswegen mache ich hier jetzt einen Cut, nehme eine weitere Folge auf und dann denke ich, ist das okay? Oder? Oder? Wie gut, dass du nichts sagen kannst. Nein, war ein Scherz. Wir machen, ne? Ich denke, es ist auch für dich okay, wenn wir bei 40 Minuten stoppen. Sonst sind wir nachher wieder bei 1,30 oder so. Und das ist zu lang. Also denn, ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns dann demnächst wieder. Und bis dahin. Bye, bye. Bye.